Ich begrüße euch jetzt im Abschlusspodium, Pflege und Gesundheit organisieren für das gemeinsame Kämpfen. Wir wollen erstmal, schön, dass ihr noch da seid, zweieinhalb Tage Konferenz waren jetzt auch nicht kurz. Insofern danke, dass ihr noch am Ball bleibt und wir freuen uns deswegen trotzdem nochmal das Abschlusspodium eigentlich mit einer kämpferinischen Perspektive zu beenden, weil der Sinn und der Zweck des Podiums war, viele Fragen, Probleme, erfolgreiche Ansatzpunkte, innovative Ideen haben wir schon gesammelt. Das wollen wir jetzt hier nicht einfach wiederholen, aber worum es uns geht, ist exemplarische Beispiele nochmal aufzuzeigen und da zu gucken, was können wir davon eigentlich lernen und vor allem, wie können wir daraus Wege entwickeln und neue Strategien für Pflege und Gesundheit, das war ja auch sozusagen die Unterüberschrift der Konferenz, wie können wir also exemplarische Kämpfe nutzen, um daraus zu lernen und Verallgemeinerungen herstellen. Das wird uns jetzt gleich begleiten und daher freue ich mich sehr, dass wir die drei Referenten begrüßen dürfen. Neben mir direkt sitzt Kalle Kunkel, er ist Gewerkschaftssekretär bei Verdi und hat die im Fachbereich 3 und hat die Charité-Auseinandersetzung von gewerkschaftlicher Seite stark verfolgt. Ich glaube, das hat uns auch in den letzten Tagen der Konferenz schon begleitet. Daneben Sarah Schillinger. Sarah Schillinger ist Soziologin und Oberassistentin am Lehrstuhl für soziale Ungleichheit, Konflikt- und Kooperationsforschung an der Universität Basel und ist aber auch unter anderem aktiv im Netzwerk kritische Migrationsforschung und wird was zur Organisierung der 24-Stunden-Pflege uns gleich erzählen. Und zu meiner Rechten Cornelia Möhring, sie ist Sozialökonomin und seit 2007 Mitglied der Linken und seit 2009 Bundestagsabgeordnete. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin, aber auch aktiv im Netzwerk Care Revolution und wird nochmal zur Verbindung von parlamentarischen und außerparlamentarischen Kämpfen einiges sagen. Nochmal ganz kurz zur Idee des Podiums. Es geht vor allen Dingen um drei, eigentlich vier Punkte, die auch sozusagen hier jetzt repräsentiert durch die Referenten uns begleiten werden. Einerseits, das hatten wir jetzt auch in den letzten Tagen oft, geht es um die Frage der Verbindung von gewerkschaftlichen oder von Arbeitskämpfen mit zivilgesellschaftlichen Interessen. Also wie können wir, das hat das Charité-Beispiel gut gezeigt, wie können wir Arbeitskämpfe oder Tarifauseinandersetzungen verbinden mit Interessen der Patientinnen und pflegenden Angehörigen? Wie kann diese Auseinandersetzung also zu einer gemeinsamen werden? Die Charité hat das in Form der Quotenforderung ja gut gemacht und damit ein Instrument entwickelt, um auf die Arbeitsverdichtung und den Personalabbau zu reagieren auf der einen Seite und mit dem Slogan, mehr von uns ist besser für alle, aber ja auch die Patientinnenperspektive stark mitgedacht und gezeigt, dass bessere Arbeitsbedingungen auch zu einer besseren Versorgung der Patientinnen führt. Das Zweite ist, was uns auch wichtig ist zu zeigen, wie kann eigentlich betriebliche oder tarifliche Auseinandersetzungen oder auch sozusagen Auseinandersetzung um Care-Arbeit politischen Druck erzeugen. Da ist das Beispiel der Lohnklagen der 24-Stunden-Pflege, wie ihr das im Netzwerk Respekt gemacht habt, was du auch gleich nochmal näher beschreiben wirst, ein sehr eindrückliches Beispiel, wie sozusagen das Thema der Pendelmigration thematisiert werden kann, aber wie darüber auch politisch Druck erzeugt werden kann, um hier einen Regelungsbedarf politisch auf die Agenda zu setzen und wie da auch Druck aufzubauen, um da sozusagen auch die ganzen vielen unbezahlten Stunden, die Leute in der 24-Stunden-Pflege zwar leisten, aber nicht entlohnt kriegen, wie man das sozusagen aus der Unsichtbarkeit herausheben kann. Und wie kann das aber auch ein Ausgangspunkt sein, genau diese Verbindung um Bündnisperspektiven zwischen diesen verschiedenen Perspektiven aufzumachen. Und drittens geht es darum zu gucken, wie können neue kreative, innovative Formen der Organisierung aussehen. Wir haben jetzt auch mehrfach schon gehört, nicht nur im Streik, aber auch von, also Streik und Nicht-Streik, also wie können Organisierungsformen aussehen, auch in Bereichen, die bisher als unbestreikbar oder unorganisierbar galten. Auch da wieder sozusagen die Charité als Betten- und Stationsschließungsstreik eine Form, wo sozusagen im Krankenhaus, was eigentlich immer als unbestreikbar galt, eine Form gefunden wurde, um das durchzusetzen. Oder auch die scheinbar unorganisierbaren Bereiche von Pflegemigranten, die oft sozusagen als nicht organisierbar, nicht erreichbar gelten, wie es da doch gelingen kann, auch zu Organisierung und Vernetzung zu kommen. Und nicht zuletzt und wirklich wichtig auch sozusagen immer mitzudenken, was ist eigentlich die integrale feministische Perspektive in diesen Auseinandersetzungen und wie kann kollektiv diese Privatheit der individuellen Betroffenheit überwunden werden, wie kann das als ein Problem, was nicht nur individuell erfahren wird, hergestellt werden, also wie kann da Kollektivität hergestellt werden, die Privatheit von Care-Arbeit überwunden werden und gegen die Aufopferung kollektiv angekämpft werden. Das werden wir jetzt in zwei Fragen beantworten. Und dabei noch die Perspektive aufmachen, was sind sozusagen die nächsten Schritte für einen radikalen Umbau von Pflege und Gesundheit und davon ausgehend auch einen Wechsel sozusagen des Profitdrucks unserer Gesellschaft. Das war jetzt vielleicht keine besonders gelungene Überleitung, weil klar ist, dass wir diese Fragen zwar umreißend nicht beantworten werden, aber wir haben auf jeden Fall exemplarische Beispiele, wo Schritte schon gelungen sind und wissen und fragen uns davon ausgehend, wie laufen wir eigentlich weiter. Insofern würde ich gerne, Kalle, mit dir anfangen. Wir haben gerade zur Verbindung von betrieblichen und zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen schon gehört. Ihr habt mit der Quotenforderung ja genau versucht, auch die Interessen der Patientinnen aufzugreifen, das aber auch begleitet durch das Bündnis Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal. Und deswegen würde mich nochmal interessieren, wie funktioniert genau dieses Zusammenspiel betrieblicher und zivilgesellschaftlicher Interessen und wie gelingt es da tatsächlich, die unterschiedlichen Perspektiven zu verbinden auf der einen Seite und der zweite Teil der Frage ist, ist die Entscheidung, den Kampf der Arbeitsgestaltung zum Bezugspunkt tariflicher Auseinandersetzungen zu machen eigentlich ein Anzeichen für einen grundsätzlichen Strategiewechsel gewerkschaftlicher Auseinandersetzung, also weg von Lohnkämpfen und hinzukämpfen um die Bedingungen von Arbeit. Ja, in zwei Fragen kann man das glaube ich schon beantworten, die Frage ist aber, ob man das in zwei Stunden beantworten kann, diese ganzen Sachen. Ich will versuchen es kurz zu machen. Wir haben mit diesem Bündnisprozess an der Charité vor inzwischen über zwei Jahren angefangen und die Kolleginnen haben eigentlich von Anfang an diese Auseinandersetzung um mehr Personal in mehrerer Hinsicht als eine gesellschaftliche und eine politische Auseinandersetzung gesehen. Es gibt zum einen eine relativ banale politische Dimension da drin, das ist nämlich, dass ich in dem Moment, wo ich in einem Bereich, der ein bisschen vermittelt, aber am Ende doch durch die öffentliche Hand finanziert wird, in dem Fall durch die Krankenkassen, dass wenn ich in dem anfange, die Ressourcenfrage zu stellen, stelle ich automatisch die Frage nach der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums und wofür wird er verwendet und stelle damit eben direkt die Frage, wie sind sozusagen die Sozialsysteme gestrickt und wird sozusagen, wird der gesellschaftliche Reichtum, den wir haben, für Arbeit eingesetzt, die alle als notwendig betrachten. Also bei den Krankenkassen haben wir das im Moment sehr konkret, wir haben diese Auseinandersetzung um die höhere, also um bessere Personalausstattung ist immer das erste Argument, ja, aber wir wollen ja keine höheren Krankenkassenbeiträge und irgendwer muss das ja bezahlen. Die Politik hat mit einer Reform, ich glaube es war vorletztes Jahr, die Kassenbeiträge so eingestellt, dass sozusagen alle zusätzlichen Erhöhungen einseitig nur zulasten der Versicherten, sprich der Beschäftigten gehen und hat damit sozusagen den Druck auf genau dieses Argument nochmal erhöht. Also sozusagen darin wird deutlich, dass das unmittelbar sofort eine gesellschaftliche Frage ist, die weit über das Feld hinausreicht, was wir konkret organisieren. Und die zweite Dimension ist eben genau die, nämlich die Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge, dass natürlich die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in der öffentlichen Daseinsvorsorge immer unmittelbar auch die Bedingungen sind, unter denen gepflegt wird, Menschen betreut werden, was auch immer. Also das geht ja, also das Beispiel der versagenden Flüchtlingsversorgung wurde ja gerade schon angesprochen, dass LAGESO, also das Land für Gesundheit und Soziales hier in Berlin, das dafür verantwortlich ist, die haben einfach, also sozusagen das ist handlungsunfähig. Und das ist auch mit Ansage passiert, weil die schon seit, der Personalrat da schon seit über einem Jahr darauf hinweist, dass schon unter dem Normalbetrieb das so nicht funktionieren konnte. Insofern gab es von Anfang an den Versuch, diese Auseinandersetzung als gesellschaftliche Auseinandersetzung zu führen und dafür wurde ein Bündnis gegründet, Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus. Und dieses Bündnis hat unterschiedliche Phasen durchlaufen, die glaube ich für diese Frage nicht ganz uninteressant sind. Also es war von Anfang an, also auch eine Auseinandersetzung mit einem hohen gesellschaftlichen Interesse und dementsprechend hat der Aufruf sozusagen zur Bündnisgründung zu einer ziemlich breiten, also hat ziemlich breite Resonanz gefunden. Auf dem Gründungstreffen von dem Bündnis waren über 90 Personen anwesend. Das hat sich dann aber relativ schnell auf einen Personenkreis reduziert von, und das ist in Berlin, würde ich sagen, auch eine etwas spezielle Situation, von politisch Interessierten, die ein Interesse an der Unterstützung von Arbeitskampfauseinandersetzungen haben. Und das Schöne an diesem Bündnis, das Schmerzvolle und das Schöne ist, dass wir da jetzt schon so lange dran sind und deswegen aber auch bestimmte Erfahrungen machen konnten, weil die Erfahrung eben war, dass wir sozusagen in dieser ersten Phase sehr stark gekoppelt waren an die Dynamiken im Betrieb. Ging es bei den Verhandlungen mal wieder nicht voran, dann kam auf einmal Dynamik rein, wieder mehr Leute bei den Treffen, dann war aber irgendwie wieder klar, okay, jetzt wird doch nochmal eine Verhandlungsrunde gedreht, die Dynamik war wieder raus. Ständige Auf- und Abmobilisierung, was sozusagen für Personen, die jetzt nicht politisch beworben, aus dem Interesse heraus, ich will einen Arbeitskampf unterstützen, da kommen die irgendwann an die Frage, was ist eigentlich meine Rolle hier drin, was ist mein, also wie komme ich hier drin vor. Und deswegen haben wir irgendwann angefangen, das breiter aufzustellen und zu gucken, wir machen es nicht nur als eine Arbeitskampfauseinandersetzung, sondern wir machen es auch als eine Auseinandersetzung um eben die politischen Rahmenbedingungen. Und darüber wurde es möglich, dass sich da sozusagen andere Interessengruppen stärker drin gesehen haben. Also was aber auch damit zu tun hatte, dass wir, also konkret, ich will ja nicht ins Detail gehen, war es eine Forderung, die wir zum Berliner Landeskrankenhausplan aufgestellt haben, was eben keine betriebliche Auseinandersetzung mehr ist, sondern eine, die man direkt an die Politik stellen kann und wo auch sich Betroffene drin involvieren können, zum Beispiel andere Krankenhäuser oder eben aber auch Patientinnen und Patienten, die nicht eine Perspektive darin sehen, dass sie jetzt morgen auch in den Arbeitskampf gehen können. Und haben dann über diese Perspektive es geschafft, zumindest zum Teil sozusagen Patientinnen, Vertreterinnen, aber auch Beschäftigte und Interessenvertretungen aus anderen Krankenhäusern in diese Auseinandersetzung oder in dieses Bündnis reinzuholen. Das war aber auch nur deswegen möglich, weil es zum Teil eine sehr gezielte Mobilisierung in diese Strukturen hineingab, was auch nur durch die Bündnispartner möglich war, die dann zum Teil einfach zum Beispiel die Patientenvertretungen mal abtelefoniert haben, was dazu geführt hat, dass die am Anfang zumindest sehr zahlreich vertreten waren und überhaupt davon mitgekriegt haben. Und das ist dann eben der nächste Schritt. Wir bewegen uns dann in einem Feld, das hoch organisiert ist, aber die eigene Organisiertheit und die eigene Arbeit nicht zwangsläufig als eine politische Arbeit versteht, obwohl die viele politische Implikationen hat. Und die sich deswegen erstmal von so einem Bündnisaufruf, selbst wenn sie davon mitkriegen würden, wahrscheinlich das gar nicht auf sich beziehen würden. Und damit ist es extrem wichtig, das ist sozusagen auch Organisinggrund einmal eins, den persönlichen Kontakt. Und wenn man so eine neue Form von ungewöhnlicher Arbeit machen will, dass man sozusagen in den direkten Kontakt mit den Personen tritt und mit ihnen darüber spricht, was kann eigentlich deine Rolle und was kann dein sozusagen Interesse in so einer Auseinandersetzung sein. Und dieses Interesse dann gemeinsam stärker zu formulieren und zu gucken, wie können beide Seiten da drin irgendwie was voneinander haben, ist meines Erachtens zentral, wenn es nicht ein Bündnis sein soll, dass am Ende nur ein Bündnis zur Unterstützung von einem Arbeitskampf ist. Und dann, meines Erachtens gibt es so drei Formen von Interessen, die dann in so einem Bündnis immer eine Rolle spielen, die für alle Bündnisbeteiligten wichtig sind, wenn man das wirklich als einen umfassenden Prozess sehen will, also als eine umfassende gesellschaftliche Kampagne, die aber an unterschiedlichen Zeitpunkten eine unterschiedliche Bedeutung haben. Das eine ist, ich will ein konkretes Ziel durchsetzen, wie an der Charité konkreten Tarifvertrag. Das zweite ist, wir wollen damit auch politischen Druck machen, darauf sozusagen, dass sich politisch was ändert. Wir sehen diese gesamte Tarifkampagne eigentlich als eine Kampagne für die Durchsetzung von einer gesetzlichen Personalbemessung. Zweite Dimension. Und es gibt eine dritte Dimension, dass wir darin aber auch politisch sichtbar machen wollen, dass was grundsätzlich falsch läuft in dem gesamten Gesundheitssystem. Und in diesem und aber die unterschiedlichen Bündnispartner, und ich glaube, das ist auch normal, haben natürlich ein unterschiedliches Interesse oder eine unterschiedliche Priorisierung auf diese unterschiedlichen Interessen. Das heißt, wir als Gewerkschaft kommen irgendwann an einen Punkt, an dem es für uns zentral wird, einen Abschluss zu kriegen, indem wir dann zum Beispiel auch, was die Botschaften angeht, eher betonen, dass auch in dem bestehenden System es möglich ist, unsere Forderungen zu erfüllen. Was zum Beispiel zu diesem, ich nenne es jetzt mal demonstrativen Interesse, nämlich an der Auseinandersetzung zu zeigen, was läuft grundsätzlich falsch, zumindest in Spannungsverhältnis geraten kann. Und auch dafür ist es wichtig, solche Prozesse nicht sozusagen von einem auf den nächsten Tag anzufangen, sondern sich ein bisschen Zeit zu nehmen, nicht ein bisschen, sondern sich viel Zeit dafür zu nehmen, im Vorfeld gemeinsam zu klären, wo sind eigentlich gemeinsame Interessen, wie sind die jeweils gelagert, was ist auch die jeweilige Rationalität und Legitimität da drin, und sich aber auch klar zu machen, okay, wir haben aber unterschiedliche Rollen da drin und das kann zu einem Spannungsverhältnis führen und das muss geklärt sein, weil sonst fliegt das Ding an irgendeinem Punkt entweder auseinander oder der Akteur, der da drin am stärksten ist, fängt an, sich autoritär durchzusetzen und das ist sozusagen das Ende von einem vertrauensvollen Bündnisprozess. Dankeschön erstmal dafür. Auf die zweite und dritte Dimension kommen wir gleich nochmal zu sprechen, nämlich die politische Frage der gesetzlichen Personalbenessung und die weiteren Schritte. Aber erstmal würde ich dich, Sarah, nochmal bitten, auch die Lohnklagen waren ja in gewisser Weise so ein Startpunkt für das Netzwerk Respect, vielleicht kannst dazu und gleichzeitig sozusagen ist die ganze Auseinandersetzung und die Organisierung in dem Bereich in gewisser Maßen erstaunlich, weil es immer als unorganisierbarer Bereich gilt. Insofern würde ich dich gerne fragen, wie habt ihr das geschafft, die enorme Vereinzelung in dem Bereich zu überwinden und zu durchbrechen und da doch Organisierungsperspektiven aufzuzeigen und welche Rolle hat auch die Gewerkschaft da drin eigentlich gespielt. Tatsächlich sind die Bedingungen schwierig, es gibt große Herausforderungen für eine Organisierung in diesem Bereich, 24-Stunden-Betreuung. In der Schweiz sind es vor allem polnische und ungarische Care-Arbeiterinnen, Pendel-Migrantinnen, die in diesem Bereich arbeiten mit überlangen Arbeitszeiten, also eigentlich nie endendem Arbeitstag, rund um die Uhr verantwortlich für eine pflegebedürftige Person, wenig Freizeit, räumliche Isolation im Haushalt, also Bewegungsradius beschränkt sich so auf Küche, Stube, Wohnzimmer, sagen wir Stube, sagt ihr auch Stube, Stube, eigenes Zimmer, wenn es das gibt, ist auch nicht immer der Fall. Das heißt aber auch soziale Isolation, also wenig Kontakt mit der Bevölkerung, wenig Möglichkeiten, das Haus überhaupt zu verlassen. Es heißt aber auch wirklich eine große Verantwortung für die Person, also ein bisschen ein Gefangensein in diesem personalisierten Arbeitsverhältnis auch und es heißt auch viele Machthierarchien, einerseits innerhalb des Haushalts, aber auch in der Beziehung zu den Agenturen, die Care-Arbeiterinnen vermitteln. Also das heißt, große Abhängigkeitsverhältnisse, kaum Kenntnisse über die ihnen zustehenden Rechte, soziale Rechte, Arbeitsrechte, häufig auch Schwierigkeiten in der Verständigung, weil die Sprachkenntnisse limitiert sind und natürlich eben auch eine große Abhängigkeit, weil wenn man sich auflehnt, wenn es zu einem Konflikt kommt, zum Beispiel mit der Familie oder mit der Agentur, dass dann eben auch, je nachdem der Job riskiert wird, dass damit natürlich auch das eigene Dach über dem Kopf vielleicht nicht mehr da ist, weil eben Arbeitsplatz und Lebensort zusammenfallen und auch ganze Familien dann im Herkunftsland je nachdem eben kein Einkommen mehr haben. Das heißt aber eben nicht, dass dieser Bereich unorganisierbar ist und wir haben gestern einen spannenden Workshop gehabt, haben auch gestritten mit dem Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der einfach darauf bestanden hat, dass das nicht geht, die Organisierung in diesem Bereich, obwohl wir eigentlich Beispiele gebracht haben, wie es eben gehen kann. Und dieses Respekt-Netzwerk, wichtig ist, es ist eine lokale Initiative, es ist gestartet worden in Basel und der Ausgangspunkt war eigentlich die polnische Kirche, also die Community, die polnische Community. Wir haben Vertreterinnen hier aus Basel, Bozina Domansk hat gestern auch vorgestellt, wie die Strategien ausgesehen haben am Anfang, als eben dieses Respekt-Netzwerk entstanden ist, weil wirklich die Kirche ein wichtiger Ort ist, ist immer noch, aber da haben sich die Verbindungen knüpfen lassen unter den Kolleginnen, da hat man sich ausgetauscht über die Arbeitsbedingungen, über die Widersprüche im Alltag und da, das ist eben ein Ort, wo man am Sonntag von 12.30 Uhr bis irgendwann am Nachmittag sich trifft, für die polnische Messe, sind nicht alle sehr religiös, man geht dahin, egal wie stark Religiosität man hat, sondern es ist eben ein Ort, ein sozialer Ort, wo man nachher Kaffee trinkt und das ist das Wichtige. Und da hat das Ganze begonnen. Es ist auch natürlich ein Ort, wo man hingehen kann, häufig, wenn man zum Beispiel in einem Haushalt lebt und dann das aushandeln kann mit der Familie, wenn man sagt, ich will in die Kirche gehen, dann wird häufig, wird das erlaubt und da wird gesorgt dafür, dass dann die Familie in dieser Zeit für die pflegebedürftige Person sorgt. Es brauchte dann aber auch den Mut, es brauchte den Mut von Bozina und ihrer Kollegin Agatha. Bozina hat schon vorher ganz alleine eine Klage gemacht vor der Schlichtungsstelle und hat gewonnen und nachher ging es eben darum, eine wirklich eine grössere Klage gegen eine Agentur zu machen und da die fehlenden Arbeitsstunden, die unbezahlten Arbeitsstunden einzufordern. Das heißt, in der Schweiz, diese Agenturen machen Verträge, da werden meistens so sechs bis sieben Stunden pro Tag als Arbeitszeit gesehen und mit dem Mindestlohn entlöhnt und der ganze Rest des Tages, die ganze Präsenzzeit, all die Sonntagsarbeit wird nicht bezahlt. Und da ging es bei dieser Klage darum, eben diese unbezahlte Arbeit einzufordern. Es ging darum auch eben, diese Arbeit, diese unsichtbare Arbeit sichtbar zu machen. Also der Slogan war, 24 Stunden Arbeit, sechs Stunden Lohn, Fragezeichen, nicht mit uns. So. Die Verbindung zur Gewerkschaft, die war, also es war eine lokale Gewerkschaft, die da aufgesucht wurde, die Gewerkschaftsverband Personal öffentlicher Dienste. Und sie hat sich zur Verfügung gestellt, die Care-Arbeiterinnen aus Polen zu unterstützen, rechtlich zu unterstützen, sozial zu unterstützen, mit einer sehr umtriebigen und engagierten Gewerkschaftssekretärin, die sich sehr angenommen hat für dieses Anliegen der Care-Arbeiterinnen. Und so ist eigentlich so bottom-up ist das entstanden. Also es war nicht die Gewerkschaftsleitung in Bern national, die gesagt hat, okay, wir kümmern uns jetzt um diese Anliegen, sondern das ist durch eine lokale Gewerkschaftsinitiative eigentlich dann entstanden und ist inzwischen auch zu einem nationalen Anliegen dieser Gewerkschaft geworden. Der VPOD ist aber nicht die einzige Gewerkschaft. Es gibt auch in anderen Regionen und andere Initiativen. UNIA ist auch heute hier präsent, auch UNIA hat Organizing-Kampagnen gemacht in diesem Bereich. Es geht dabei eben auch um unkonventionelle Strategien der Organisation im Sinn von, es geht einerseits darum, in diesen Treffen zum Beispiel über die zustehenden Rechte aufzuklären, also Know-Your-Rights-Seminare durchzuführen. Es geht darum, sich gegenseitig zu stärken, sich gegenseitig zu empowern, auch Rollenspiele zu machen, um zu üben, wie man sich im Haushalt oder gegen die Agentur auch durchsetzen kann. Es geht um solidarische Praktiken untereinander sich zu stützen, auch beispielsweise bei Jobverlust, gegenseitig Jobs auch zuzuspielen, Wohnungen und so weiter. Also es geht wirklich auch ganz, ganz zentral um diese ganz kleinen alltäglichen Kämpfe und Praktiken. Und die sozialen Medien, will ich auch noch erwähnen, also die sozialen Medien, Facebook, Skype und so weiter spielen eine große Rolle. Wir haben gestern auch gehört, in Deutschland gibt es eine Facebook-Gruppe mit 1500 Care-Arbeiterinnen, hauptsächlich aus Polen. Die sind alle bereit, wenn es eine Gewerkschaft gibt in Deutschland, die sich um sie kümmern will. Ich glaube, sie würden dabei sein. Ja, Cornelia, du bist ja Abgeordnete und in Gräben und Ausschüssen setzt du dich auch mal für Geschlechtergerechtigkeit ein und bist ja auch aktiv im Netzwerk Care Revolution. Von daher würde ich dich gerne fragen, wie kann eigentlich die Verbindung von Care-Bewegung und parlamentarischer Arbeit aussehen? An welchen Punkten kann man dort Druck entfalten oder diese Forderungen mit hineintragen? So, hoch, ungewöhnlich. Okay, jetzt ist es an. Ja, vielen Dank für die Fragen. Vielleicht ganz kurz vorab, warum ich auch im Netzwerk Care Revolution aktiv bin, weil das hängt ein bisschen dann auch zusammen mit der weiteren Beantwortung der Frage, wie die Verbindung von parlamentarischer und Bewegungsarbeit gestaltet werden kann. Also aus Grund meiner Biografie, ich habe früher in Pflegedienstleitungen ausgebildet und habe mit Betriebs- und Personalräten im Gesundheitswesen gearbeitet und die bei Umstrukturierungsprozessen begleitet und habe dann, der zweite biografische Zugang ist, dass ich mit zu der Gruppe gehöre, die die Vier-in-Ein-Perspektive gemeinsam mit Frieger Haug ausgearbeitet und fortentwickelt hat. Und mit diesem Hintergrund bin ich dann 2009 in den Bundestag gegangen und habe dort auch den Bereich der feministischen Politik übernommen. Wir haben da einen eigenständigen Bereich. Das ist deswegen auch nochmal erwähnenswert, weil der Anspruch der Linken im Bundestag, wenn es um Frauenpolitik geht, ist der Anspruch, feministische Politik zu machen und nicht Gleichstellungspolitik. Das ist ein deutlicher Unterschied zu dem herangehenden Zielen der anderen Fraktionen und damit hängt eben auch sozusagen zusammen, warum ich begeistert beim Care-Netzwerk mitgemacht habe, seitdem es den ersten Kongress hier gab und ich sage gleich nochmal mehr dazu, was das auch schon wirklich bewegt hat, auch in der parlamentarischen Arbeit, also nicht durch meine Arbeit, sondern eigentlich dadurch, dass es dieses Netzwerk gibt. Für den Anspruch, den feministische Politik stellt, ist das Care-Netzwerk natürlich, das fällt schlechthin, weil in der Care-Arbeit die besondere Gesellschaftung von Frauen sofort sichtbar wird, die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse, die da drin stecken und weil das Care-Netzwerk eben das politische Feld ist, wo eine Perspektive aufgezeigt wird, diesen Bereich in der Gesellschaft so zu organisieren, dass er halt an den menschlichen Bedürfnissen ansetzt, an der Sorgearbeit ansetzt und damit ja schon automatisch Wege in eine solidarische und menschenwürdige Gesellschaft aufzeigt. Ein weiterer Anspruch, der mit der feministischen Politik verbunden ist, ist, dass wir keine Stellvertreterpolitik machen, also dass wir nicht den Anspruch erheben, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und arbeiten halt im Parlament so vor uns hin, sondern wir wollen eine Politik machen, die uns selber verändert, aber die vor allem natürlich auch zur Selbstermächtigung beiträgt, damit, wie Peter Weiß gesagt hat, wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es für uns ohne Folgen und das ist ja auch ein wesentliches Ziel der Care-Revolution als Projekt. Ganz praktisch habe ich in der Verbindung von Care-Bewegung und parlamentarischer Arbeit eben aufgehoben auch das Verhältnis von Reformschritten und wirklich tatsächlichen gesellschaftlichen Veränderungen oder wenn man es irgendwie akademisch ausdrückt, das Verhältnis von Reform und Revolution und da finde ich, dass es gerade in der Zusammenarbeit zwischen der Parlamentsarbeit und der Care-Bewegung eben sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte gibt, um daraus eine echt produktive Verbindung zu machen. Als ich 2009 begonnen habe mit der feministischen Politik im Bundestag, da hat die Care-Bewegung mir richtig gefehlt. Also das war tatsächlich eine Situation, wo eigentlich Frauenpolitik immer so ein bisschen angeklackst wurde. Man hat noch mal drauf geguckt, wo sind auch Frauen besonders betroffen und wie kann man da für Frauen irgendwie noch was tun. Mit der Care-Bewegung hat eine ganz andere Sichtweise und Diskussion eingesetzt, weil damit wirklich automatisch sozusagen Politik und Veränderung ganz anders gedacht wird. Was sich auch verändert hat, ist, dass es, oh schon so schnell, dass es tatsächlich durch eine starke Bewegung eigentlich im Parlament überhaupt erst was in Bewegung geraten kann. Also das ist dann auch die praktische Parlamentsarbeit, die in der Bewegung dazu, also die im wechselseitigen Verhältnis einfach dafür sorgt, dass wir sozusagen die Erfahrung und die Forderung im Parlament auf die Bühne bringen, aber natürlich auch umgekehrt sozusagen parlamentarische Initiativen entwickeln, die auch die Bewegung und die Forderung der Bewegung schon ein Stück voranbringen. Ganz praktisch geschieht das einfach durch unsere Möglichkeiten, auch eine ganz andere Öffentlichkeit teilweise herzustellen, als es sonst so geht. Du hattest auch gefragt nach, dann eine letzte Frage. Ich hatte generell so ein bisschen danach gefragt, was die Verbindung von Care-Bewegung und Parlamentarische Arbeit ist. Genau. Da sage ich vielleicht noch was zu auch zentralen Projekten, an denen sich die Verbindung von Care-Bewegung und parlamentarischer Arbeit deutlich macht. Das ist natürlich der eine große Bereich, der hier auch in den ganzen Workshops ja diskutiert wurde, also für eine andere Politik in Gesundheit und Pflege, also für eine soziale Infrastruktur einzutreten. Meine Kolleginnen aus dem Arbeitskreis Gesundheit haben hier auch verschiedene Initiativen vorgestellt, also von der solidarischen Bürgerversicherung über die bedarfsgerechte Personalbemessung, Krankenhausfinanzierung, Wohnortnahe, Gesundheitsversorgung, aber auch in der feministischen Politik gibt es da eben konkrete Ansatzpunkte, die sich vor allem im Moment darum drehen, auch anknüpfend an die Bewegung, die Aufwertung der Sozial- und Erziehungsdienste zu diskutieren und dort auch konkrete parlamentarische Schritte vorzugehen und als ganz, ganz zentrales Element, eine andere Zeitpolitik umzusetzen. Ein weiteres zentrales Projekt ist die ganze Frage des sogenannten Equal Pay, wobei es eben darum nicht gehen kann, nur gleiche Arbeit gleich zu bezahlen, sondern wir gerade durch die Care-Bewegung einen viel stärkeren Blick auf die Frage haben, wie muss eigentlich Arbeit auch anders bewertet werden? Also wie bekommen wir es hin, auch Messinstrumente ganz praktisch einzusetzen, indem gleichwertige Arbeit anders betrachtet wird und es dadurch auch zu einer höheren Bewertung von den Tätigkeiten, materieller Aufwertung der Tätigkeiten in Care- und Berufen kommt. Das vielleicht erstmal dazu. Okay, dann. Das war jetzt quasi schon eine Überleitung zu der Frage, wie nutzen wir eigentlich das politische Feld auch als ein Feld der Auseinandersetzung oder als ein Terrain, wo gesellschaftliche Kämpfe auch stattfinden. Das hattest du in der ersten Runde ja schon gesagt. Es ging strategisch bei der Frage der Personalbemessung geht es ja sozusagen perspektivisch darum, die auf einer gesetzlichen Ebene durchzusetzen und auch im Bündnis war das ein wichtiger Punkt, um anknüpfend an den Interessen auch eine aktive Beteiligung der Leute sozusagen herstellen zu können. Aber was ist sozusagen die strategische Überlegung hinter der Verknüpfung von politischer und tariflicher Auseinandersetzung und wie kann sozusagen die tarifliche Auseinandersetzung auch politisch durchgesetzt werden? Wie kann der politische Druck erhöht werden? Und arbeitsgerichtlich wurde es ja schon bestätigt, man darf streiken für Gesundheitsschutz, man darf streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Und wie kriegt man das jetzt aber hin, sozusagen diesen tariflichen Kampf jetzt auf einer politischen Ebene zu verallgemeinern? Und es gibt noch einen zweiten Teil der Frage, bevor du dich schon auf die Antwort vorbereitest. Also die zweite Frage wäre nochmal sozusagen breiter gedacht oder langfristiger gedacht, welche strategische Bedeutung hat die Forderung nach Personalbemessung im Kontext eines Krankenhaussystems, was auf Profit orientiert ist und sozusagen inwiefern stellt sie einen strategischen Hebel dar, um die Logik in diesem System zu verändern? Dann fange ich doch gleich mit der zweiten Frage, mit dem zweiten Teil an. Von der strategischen Perspektive her, und das beantwortet auch ein Teil der nicht beantwortenden Frage aus der ersten Runde, findet gerade in den Gewerkschaften nicht, kein Paradigmenwechsel, aber zumindest eine neue Fokussierung statt, dass irgendwie klar ist, okay, Gehalt ist eine wichtige Frage auch von Anerkennung, aber die Frage von der Qualität in der Arbeit bekommt eine zunehmende Bedeutung und das hat ganz viel damit zu tun, wie in den letzten 20 Jahren Arbeit generell vom Management her umstrukturiert wurde, dass nämlich durch Prozesse von indirekter Steuerung die Arbeitsverdichtung unglaublich erhöht wurde. Den Leuten wird gesagt, die und die Ressourcen habt ihr, damit müsst ihr die und die Ziele mit denen und den Qualitäten erreichen, jetzt viel Spaß beim Laufen. Und deswegen hat auch diese Auseinandersetzung, die wir an der Charité geführt haben, mit der wir das erste Mal, bevor wir überhaupt einen Tarifvertrag haben, wir haben ja noch keinen, aber ein gerichtliches Urteil haben, dass es ein legitimes Tarifvertragsziel ist, für das man streiken kann, Normen festzulegen, die ein Verhältnis zwischen dem Arbeitsanfall und dem einzusetzenden Personal herstellen. Das ist eigentlich ein meines Erachtens gewerkschaftspolitischer Quantensprung, der auch weit über das Krankenhaus hinausweist, weil man damit eben genau diese Strategie der Arbeitsverdichtung an einem Hebel packen kann, der eben nicht irgendwie ist, man macht ein Gesetz, wo man sagt, der Arbeitgeber muss sich auch um den Gesundheitsschutz kümmern, sondern ganz konkrete, einklagbare, im besten Fall Regelungen durchsetzen kann. Und zwar mit den eigenen Instrumenten der Mächtigkeit, nämlich im Zweifelsfall Streik. Das Krankenhaus ist durch diese Einführung des Fallpauschalensystems ein Fall von einer besonders perfiden Durchsetzung von dieser Form von indirekter Steuerung und insofern stellt eben diese grundsätzlich die Forderung nach einer Personalbemessung einen Angriff auch auf dieses DRG-System dar, weil das DRG-System genau darauf ausgelegt ist, eigentlich immer wieder sozusagen einen Wettbewerb nach unten zu organisieren, dieselbe Arbeit bzw. eigentlich sogar mehr Arbeit und intensivere Arbeit mit weniger Personal zu schaffen. Und in dem Moment, wo ich Standards festlege, die ich sage, die können nicht mehr unterschritten werden, greife ich einen Kernpfeiler dieses Systems an. Und wenn ich es dann auch noch schaffen würde, und das ist im Prinzip unsere Perspektive auch in der gesetzlichen Auseinandersetzung, dass dieser Teil sozusagen außerhalb des Rahmen des DRG-Systems finanziert wird, also dass sozusagen klar ist, wir brauchen so und so viel Personal und dafür gibt es das Geld, baf, wir nennen das die zweite Finanzierungssäule, dann habe ich im Krankenhausbereich ungefähr 70 Prozent des gesamten Budgets sozusagen rausgenommen aus der wettbewerblichen Steuerung, weil 70 Prozent sind Personalmittel. Und deswegen ist das ein zentraler Angriff, und darum muss man ihn auch diskutieren, es ist ein Angriff auf das DRG-System und deswegen muss man ihn auch politisch diskutieren. Die Strategie ist dabei vergleichsweise einfach und da kommen aber auch durchaus so die Fragen von, wie kann man das mit so parlamentarischen Sachen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene zusammenbringen. Es wird von oben finanzieller Druck auf das System gemacht, also sagen wir, wir definieren von unten bestimmte Ansprüche und Bedarfe, die nicht unterschritten werden können und dann muss sozusagen finanziell von oben nachgesteuert werden, wenn das mit den bestehenden finanziellen Ressourcen nicht leistbar ist. Das bringt aber immer ein Problem mit sich, wir haben es eben meistens nicht mit Unternehmen zu tun oder wir haben es immer mit einer Refinanzierung aus irgendeiner öffentlichen Hand, das hatte ich schon gesagt, das heißt in dem Moment, wo wir anfangen von unten Sachen durchzusetzen, die zu höheren Kosten führen, kommen wir immer an so eine Deckelung, dass gesagt wird, okay, aber dieses Geld ist nun mal nicht im System. Wenn wir dieses Argument ernst nehmen würden, dann könnten wir sofort jede Form von tariflicher Arbeit einstellen, auch bei Lohnfragen, weil sozusagen auch das, was an zusätzlichem Lohn finanziert werden muss, muss dann über das System neu rein. Das bringt aber immer das Problem mit sich, dass man sozusagen ein Wabonk-Spiel hat oder bis zum gewissen Grad auf Risiko spielt. Ich habe gerade noch mit dem Kollegen Michael Quetting aus dem Saarland gesprochen. Wir haben an der Charité die Situation, wir sind Haus der Supra-Maximalversorgung, 300 Jahre alt, wir können nicht geschlossen werden. Die haben da 21 Kliniken, die alle irgendwie mehr oder weniger groß sind und von denen die meisten in den roten Zahlen sind. Die würden sich gerne morgen mit uns auf den Weg machen, aber die können diese Auseinandersetzung nicht so nonchalant sagen, wir können nicht geschlossen werden, sondern die werden im Zweifelsfall geschlossen. Und da kommt jetzt eine politische Dimension mit rein, dass natürlich an allen Stellen oder Landespolitiker aller Couleur argumentieren, genauso wie sozusagen die Betriebswirtschaftler vor Ort, nämlich wir haben Rahmenbedingungen von oben gesetzt, die setzen uns bestimmte Grenzen, in denen wir uns bewegen können. Das sagt Mario Czaja, wenn wir ihm sagen Personalstandards in den Krankenhausplan rein, kann ich nicht, weil es durch das System von oben vorgegeben ist, was man da machen kann und was nicht. Selbstverständlich haben die einzelnen Landesstrukturen auch die Möglichkeit oder auch kommunale Strukturen, bestimmte Standards neu durchzusetzen, durch die finanzieller Druck entsteht, sozusagen mehr Geld rein ins System zu geben oder das System grundsätzlich zu verändern. Also es sind immer Bewegungen von oben und von unten möglich. Und da ist meine Erfahrung zumindest, dass sozusagen das spätestens ab der landesparlamentarischen Ebene extrem schwierig wird, so eine Frontalstrategie mit Parlamentariern aller Couleur sozusagen offensiv zu diskutieren. Genau, aber deswegen unsere grundsätzliche Strategie ist, wir kriegen hoffentlich einen Tarifvertrag an der Charité, der kann ein Beispielobjekt werden dafür, oder es fangen jetzt schon andere an, sich auf den Weg zu machen. Ich habe Saarland gerade benannt, wir sind in verschiedenen Landesbezirken eingeladen, um sozusagen diese Entwicklung vorzustellen, vor allem aber auch vorzustellen, gar nicht so sehr den Tarifvertrag, sondern wie haben wir es gemacht, Tarifberater, den Prozess vorher, den Bündnisprozess und so weiter, um dann den Druck eben sozusagen an verschiedenen, unterschiedlichen Stellen zu erhöhen, dass für die Politik irgendwann klar wird, entweder kriegen wir einen Flächenbrand an ganz vielen verschiedenen Orten oder wir machen eine ordnungspolitische Veränderung, indem wir von oben ein bestimmtes Level einziehen. Und das ist die Strategie. Sarah, bei euch war das ja nicht ähnlich, aber in gewisser Weise hat auch die Organisierung dazu geführt, dass politischer Druck erzeugt wurde, auch die Klagen, die du ja schon erwähnt hast, haben dazu geführt, dass sozusagen diese Arbeit, die vorher sehr unsichtbar ist, ins Sichtbare gerückt ist und damit politischen Druck erzeugt hat. Im Bundesrat wird gerade geprüft, wo eigentlich Regelungsmöglichkeiten für häusliche Betreuung von Seniorinnen durch Pflegemigrantinnen bestehen und es wird gerade geprüft, was darin sozusagen die arbeitsrechtlichen Regelungen sind, die durchgesetzt werden müssen. Was ist denn eure Strategie dazu, darauf zu reagieren und weiter politischen Druck aufzubauen? Also was sind eure nächsten Schritte und welche strategische Bedeutung hat denn diese rechtliche Regelung von Pflegemigration oder häuslicher 24-Stunden-Pflege im Rahmen des Kampfes für bessere Versorgung in Pflege und Gesundheit? Ja, also diese Auseinandersetzung um diese Lohnklage war sicher ganz bedeutend, weil ein Präzedenzfall geschaffen wurde, eigentlich auf lokaler Ebene vor einem Arbeitsgericht. Die Arbeitgeber haben das nicht weitergezogen zu unserem Erstaunen. Das heißt, jetzt gilt das, was da die Care-Arbeiterinnen erkämpft haben, nämlich, dass eben die Arbeitszeit, dass eben auch die Präsenzzeit im Haushalt als Arbeitszeit gilt, die mit der Hälfte des Lohns entlöhnt werden muss. Das heißt, jetzt neu geht es nicht mehr, einfach nur sechs Stunden zu bezahlen und die Frauen 24 Stunden anwesend zur Anwesenheit zu verpflichten, sondern eben diese Präsenzzeit muss bezahlt werden, auch Sonntagszuschläge und so weiter müssen bezahlt werden. Das kann jetzt genutzt werden vom Respekt-Netzwerk für weitere Sammelklagen. Das war eigentlich immer schon die Idee, das ist jetzt eine Modellklage. Da wurde der Lohn eingefordert, die Überstunden für drei Monate von einer Care-Arbeiterin, eben von Agatha. Da hat man gewonnen, da will man jetzt und hat das auch schon in die Wege geleitet von vielen anderen Care-Arbeiterinnen, die Arbeitsverhältnisse eben dokumentieren und vor Gericht ziehen. Also es gibt so diesen Slogan jetzt in Respekt, wir sind alle Agatha, damit sind wir auch am 8. März auf die Straße gegangen, als eben gerade dieser Gerichtsentscheid bekannt gegeben wurde und das ist natürlich auch eine Drohung an die Agenturen, die wissen jetzt, sie müssen damit rechnen, dass eben weitere solche Klagen zustande kommen. Ich denke, es ist eine Öffentlichkeit geschaffen worden dafür. Ich war im Frühlingssemester an der Uni in Wien und habe da die Möglichkeit gehabt, das mal zu vergleichen, wie das in Österreich läuft und da ist mir schon aufgefallen, dass der Diskurs ein ganz anderer ist. In Österreich geht es nur um die Bedürfnisse und die Anliegen der Pflegebedürftigen. Da wurde auch ein Gesetz geschaffen, das Hausbetreuungsgesetz, das sich eigentlich einfach für die Familien und für die Anstellung von eben Selbstständigen innerhalb der Familie einsetzt. Und das im Vergleich eben zu Schweiz, wo ich denke, wurden die Anliegen der Arbeiterinnen in diesem Bereich sehr viel mehr politisiert. Es wurde eine Öffentlichkeit geschaffen für diesen Mikrokosmos-Privathaushalt, dass das reguliert werden muss, dass das auch Arbeit ist in diesem Bereich. Es wurde aber gleichzeitig eben auch thematisiert, wie die Bedingungen sind in der Pflege, auch für die Angehörigen, für die Familien und für die Pflegebedürftigen selber. Weil immer wenn man darüber spricht, über diese 24-Stunden-Betreuung, geht es eigentlich auch ganz zentral darum, was sind denn eigentlich die Lücken in der öffentlichen Versorgung, warum kommt es überhaupt zu diesen Anstellungen. Und da ist einerseits klar, es hat mit dem Abbau in den öffentlichen Diensten zu tun. Die Spitex, bei uns die ambulante Pflege, heißt Spitex, also Spital-Externe Betreuung, die sind unter einem enormen Druck, die rasen von Haushalt zu Haushalt und da entstehen eben diese Lücken in der Betreuung. Es ist auch nicht finanziert, die Betreuung, also wie in Deutschland, nur die medizinische Pflege ist versichert. Es wird damit auch deutlich, dass diese ganze privatisierte Pflege eben zu einem Politikum werden muss. Wir haben Druck ausgeübt, denke ich, mit dieser Klage auf den Staat. Es ist ein paar Wochen später ein Bericht herausgekommen vom Bundesrat, also auf höchster Ebene. Und da wurde ganz klar festgestellt, es gibt massive Missstände in diesem Bereich der 24-Stunden-Betreuung und es muss reguliert werden. Leider lässt sich der Bundesrat sehr viel Zeit. Also sie haben jetzt WissenschaftlerInnen einen Auftrag gegeben, für die nächsten 18 Monate eine Untersuchung zu machen, was es kosten würde, wenn man das jetzt alles dem Arbeitsgesetz unterstellen würde. Also das geht jetzt um eine ökonomische Modellrechnung, wo dann gesagt wird, das kostet für den und den und für die Pflegebedürftigen und so weiter so und so viel. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was so vielversprechend ist bis jetzt, also diese Nützlichkeitsrechnung. Aber ich denke, es wurde ganz klar auch in diesem Bereich festgehalten, es braucht mehr Regulierung, es braucht mehr Kontrollen auch von diesen Agenturen und den Praktiken der Agenturen. Ja, aber ich denke auch eben, das eine sind die Rahmenbedingungen, die Politisierung der Rahmenbedingungen, aber das reicht eben nicht. Und da möchte ich noch etwas sagen eben zu diesem Verhältnis von lokaler Organisierung und nationalen Regelungen, aber auch internationalen Kämpfen, die es gibt auf Ebene ILO, wo es die Konvention für die Rechte der Hausarbeiterinnen gibt seit drei Jahren, auf die man sich beziehen kann. Ich denke, das eine sind eben diese Rahmenbedingungen und die Rechte und das ist ganz zentral, dass die erkämpft werden. Das andere ist aber, wenn die Rechte eben nicht eingefordert werden können, wenn die Frauen gar nicht wissen, dass diese Rechte ihnen zustehen, wenn sie keine Möglichkeit haben, die einzufordern, eben zum Beispiel durchklagen, aber auch indem sie im Haushalt eben ihren freien Tag aushandeln, dann ist das alles nichts. Und deshalb auch nochmals, gestern im Workshop war so das, ich will jetzt nicht ein Bashing machen vom BGB, aber da war so das Votum, ja wir müssen zuerst mal die Rahmenbedingungen ändern und dann können wir dann schauen, ob sich vielleicht doch noch etwas machen lässt. Ich denke, das ist komplett falsch, es braucht beides und es geht nur beides miteinander. Also es braucht bessere Rahmenbedingungen, die werden aber auch nur erkämpft, indem sich eben Lokalorganisierung machen lässt. Und wichtig dabei die eigene Stimme der Care-Arbeiterinnen, dass die sich selber auch äußern können und nicht einfach durch irgendwelche Gewerkschaftsvertreterinnen vertreten werden. Das ist auch schon gesagt worden, also keine Stellvertreterpolitik, wichtig auch transnationale Verbindungen. Das war jetzt auch total spannend für uns, eben diese Verbindung mit deutschen Care-Arbeiterinnen, aber auch Pflegebedürftigen hier an diesem Kongress. Da kann auch noch sehr viel gelernt werden aus anderen Sektoren, zum Beispiel Landwirtschaft, wo es auch diese transnationalen Verbindungen inzwischen schon gibt von Gewerkschaften. Wichtig aber auch, Verbindung von feministischer Bewegung, Antira-Bewegung, Gewerkschaftsinitiativen und auch Wissenschaft. Und ich denke, dass, also meine Forschung war damit auch ein Glücksfall, weil ich die Möglichkeit hatte, eine Ethnografie zu machen, während mehreren Jahren auch mich in diesem Feld aufzuhalten, auch viel mich in der Kirche aufzuhalten und eigentlich damit Aktionsforschung zu machen, also gleichzeitig zu forschen, aber auch ein Organizing mitzumachen. Und das, denke ich, ist auch ein Potenzial. Ja, Sarah hat das jetzt ja gerade nochmal erwähnt, dass es auch um die Verbindung mit Antira- aber auch feministischen Perspektiven geht. Insofern die Frage an dich, Cornelia, wie ist denn die Verteilung von gesellschaftlich notwendiger Pflege- und Sorgearbeit, wie kann man da drauf gucken, was sind da Ideen der Linken und wie kann man sozusagen ausgehend von Pflege auch weitere Verteilungsfragen insgesamt stellen. Und eine Frage, die ich jetzt nochmal von Kalle mitgenommen habe, du hattest gesagt, ihr redet sozusagen mit Fraktionen unterschiedlicher Couleur, aber es gibt da keine Handlungsperspektiven bisher. Insofern würde ich, Conny, dir die Frage mit auf den Weg geben, wo siehst du denn vielleicht doch parlamentarische Druck- und Handlungsperspektiven, um die Frage nach einer gesetzlichen Personalbemessung sozusagen auch aus einer parlamentarischen Perspektive weiter voranzutreiben? Ja, zuerst zur Verknüpfung. Also darin steckt auch so ein bisschen die Frage, also die Kritik, die Sarah auch eher angesprochen hat. Ich denke zum Beispiel, dass die Linke ja da deutlich andere Aufgaben hat als eine Gewerkschaft. Also tatsächlich auch nicht in Abwehrkämpfen stehen bleiben sollte, wobei das die Charitékämpfe ja auch gezeigt haben, welche Power sich entwickeln kann, wenn man eben nicht nur im Abwehrkampf bleibt, sondern tatsächlich auch eine Perspektive für Veränderung aufzeigt. Und ich muss bei deiner Frage ein bisschen selber Kritik üben an der Linken und an der praktischen Politik der Linken, weil auch wir haben nach wie vor eine viel zu starke Konzentration auf die kapitalisierten Bereiche der Sorgearbeit. Also da ist zwar einiges jetzt auch in Diskussion gekommen, nicht zuletzt eben, wie ich schon gesagt habe, auch durch die Care-Netzwerke, aber wir konzentrieren uns viel zu sehr auf den Teil sozusagen der bezahlten, endgeltlichen Pflegearbeit zum Beispiel. Wir stellen viel zu wenig die Frage nach dem Privaten. Also wir hatten gestern in einem der Workshops, war auch Thema, dass wir eigentlich auch das Private wieder politischer machen müssen oder vielmehr wieder auf die Bühne der Politik ziehen müssen, weil eben sich gerade in der Frage, was in der Reproduktionsarbeit eben ganz die Frage konzentriert, wie wollen wir eigentlich leben und arbeiten. Auch in den privaten Aushandlungsprozessen, die ja aber nicht private Aushandlungsprozesse bleiben dürfen, weil wir müssen sie ja halt zu gesellschaftlichen machen, um gemeinsam was zu verändern, steht sich ja ganz konkret die Frage, wer verzichtet eigentlich auf was, wenn er oder sie sich entscheidet, Reproduktionsarbeiten zu verrichten. Oder wie sieht das eigentlich aus mit der Vereinbarkeitsdebatte? Wir diskutieren auch innerhalb der Linken immer noch viel zu sehr um die Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf, anstatt über die Frage zu diskutieren, wie denn Familie und Beruf, Familie und Ehrenamt, Familie und politische Betätigung, Familie und Selbstpflege vereinbart werden kann, um dadurch sozusagen auch den Blick zu erweitern auf die Debatte um Care-Arbeit. Also Sorgearbeit betrifft eben viel, viel mehr als den organisierten Teil der Care-Arbeit und es geht deswegen auch um viel mehr als um Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Und da haben wir aber tatsächlich auch innerhalb der Linken noch eine viel zu eingeschränkte Sicht und zugleich aber die Chance, wenn wir die Frage anders stellen, also eher stellen, wie wir das Zusammenleben und die Arbeit in unserer Gesellschaft organisieren, wie wir leben und arbeiten wollen, haben wir eben die Chance, darin auch die transformatorische Frage zu stellen und damit auch linke Konzepte, die es ja gibt zur Frage Organisation der Sorgearbeit, also ich sage mal als Stichwort die 4 in 1 Perspektive, die als Utopie ja ein ganz anderes, ganz andere Arbeitsteilung und Organisation der Sorgearbeit denkt, aber auch unser Plan B für den sozial-ökologischen Umbau, der durchaus diese Fragen der anderen Organisation von Sorgearbeit mitdenkt, indem zum Beispiel solidarische Ökonomie gestärkt wird, Projekte gestärkt werden, würden dann viel, viel stärker zum Tragen kommen. Und ich rede immer und vergesse die zweite Frage. Habe ich was vergessen? Naja, es ging also, eigentlich ging es auch nochmal konkret, also es war eine Frage, die ich quasi von Kalle mitgenommen habe, die Frage, wie kann man, das Problem ist sozusagen, durch das CRG-System wird auf einer Bundesebene politisch geregelt, wie viel Geld im System ist sozusagen und auf einer landespolitischen Ebene wird immer gesagt, wir können hier nichts regeln. Insofern habe ich die Frage an dich quasi weitergegeben, welche Aufgabe hätte denn eine Linke, hier vielleicht doch die Türen weiter zu öffnen und die Möglichkeit, Spielräume zu eröffnen? Wo siehst du da Ansatzpunkte? Naja, also ich denke, wir tun es im Rahmen sozusagen der parlamentarischen Möglichkeiten, indem wir zum Beispiel ganz konkret am Beispiel der DRGs, der Finanzierung des Gesundheitswesens, eben versuchen im parlamentarischen Raum Wege aufzuzeigen für eine andere Finanzierung, indem wir sagen, es braucht eine soziale Infrastruktur, in dem halt tatsächlich die Profitlogik raus ist und das Gesundheitswesen speziell eben außerhalb dieser Profitlogik organisiert wird. Aber du sprichst natürlich auch noch ein grundsätzliches Problem ein, wo wir immer wieder auch an Grenzen stoßen. Also in der praktischen Debatte, zum Beispiel im Bundestag, wird tatsächlich dann immer gesagt, das ist Ländersache. Also das werden die Sachzwänge stark gemacht. Und wir, wir haben natürlich den Anspruch dagegen anzuarbeiten, aber wir können da, also ich sage mal, es gelingt uns besser, dagegen anzuarbeiten, wenn der Druck sozusagen von außerhalb des Parlaments, je stärker der ist. Also diese produktive Verbindung, von der ich auch am Anfang gesprochen habe, stark gemacht wird. Deswegen finde ich es auch unglaublich wichtig, wie es Kalle sagte, dass auch wirklich alle Akteurinnen und Akteure in diesem Feld auch wirklich ganz konkret versuchen, so viel Druck zu machen und auf alle politischen Akteure, also jeglichen politischen Couleurs, so wie du es ausgedrückt hast, wirklich Einfluss zu nehmen, weil sonst verratzt man schlicht und ergreifend auch als kleine Oppositionsfraktion. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020